Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, angespielt, Let's Play, wie auch immer, namens Phasmophobia. Ja, wir kriegen heute mal erklärt, was wir überhaupt so machen müssen. Der Cubic HD ist dabei, die Moana ist dabei und der Epic ist dabei. Der Epi. So, nice, ja. Was ist das denn für eine komische Tusse? Ja, du kannst sie mit ändern. Kannst du durchsetzen? Oh Mann, oh Mann. Okay, also ich drück mal auf bereit, ne? Ich kann nicht auf bereit drücken. Ich auch nicht. Achso, ich war bereit. Was müssen wir denn jetzt machen hier? Doch, ihr müsst noch auf bereit drücken. Und ich bin ich. Das müssen wir auch machen. Der Geist kann uns spüren, der ist pervers. Oh, scheiße. Oh Gott. Spür ich jetzt? Ja, bin ich. Oh mein Gott, nein. Ich will nicht, ich will zu meiner Mama. Oh, das Programm ist abgestürzt bei mir. Oh nein, 90 Prozent, wir sind drin. Oh, jetzt ist eine Uhr, ich bleib hier so schön. Oh, was machst du denn hier? Das konnte ich nicht. Was machst du denn hier für Verrenkungen? Verbiegungen. Was ist das denn? Ich muss warten. Wie lebt? Äh, äh, ich hab 100 Prozent Gehirn. Ich wusste ja schon immer, dass ich 100 Prozent Gehirn habe. Da ist ein Fehler drin, da ist ein Fehler drin. Meins lebt noch. Dein Gehirn? Na, mein Gehirn weiß ich so. Äh, nein, aber ich wollte gerade sagen, bei deinem Gehirn ist ein Fragezeichen. Bei mir steht Spiel lebt. 100 Prozent. Mir ist das auch 100 Prozent. Nein, ich musste gerade, ich musste ein Screenshot machen. Aber irgendwie geht's so ein bisschen komisch, Eva. Das ist das denn. Guck mich nicht so lustig an, Eva. Ich gucke mal C einmal und dann mache ich Maus ganz nach oben. Ja, und dann guck mal bei mir in der Übertragung. Meins lebt nicht. Du hast ja auch kein Gehirn. Oh, sorry. Spiel, hallo? Das dauert, das dauert ein bisschen. Da hat sie mich jetzt gerade erschreckt. Da ist sie. Guck mal, die hat aber trotzdem nur 98 Prozent gehören. Die ist neu. Sei mal. Alter, ih, ist das eklig. Warte, wo bin ich denn, hä? Ihr sollt nicht die Weiber hier anmachen. Ist das hier? Das ist ein sehr hässlichen Jahr. Hallo? Ist das Klassentreffen der Aliens oder was veranstaltet ihr jetzt hier? Ja, wahrscheinlich hier, ey. Oh, hallo. Oh Gott. Hallo. Was, wie machst du das? Ihr könnt mich doch alle mal. Mit C. Woo. Was muss ich machen? Raus, ich will aus dem Raum raus. Nee, stopp, stopp, warte mal. Alle, alle erstmal J drücken. J, 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 J. Dann kommt ihr in dieses Ding hier. J, J, J. Ja, Geister, 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 Geister. So, dann geht man auf die letzte Seite davon. Ja, Moment, da steht Kapitel 1, Geister. Was, wo, was müssen wir drücken? Auf die letzte Seite in dem Buch, J. J. J, J. Und dann, kein Beweis gefunden. So, und da kann man die Beweise einstellen. Unten, wenn man auf Geistertyp hin- und herdrückt, da sieht man alle Geister. Und wenn man jetzt oben Beweise einstellt, die man gefunden hat, dann könnt ihr das oben automatisch ein. Wenn man jetzt alle drei Beweise hat, kann es nur noch einer sein. Ach so, also wie, was soll ich da einstellen? Äh, im Moment noch gar nichts. Wir müssen erst mal rausfinden, was für ein Geist es ist. Ach so. Also Ziel ist es, rauszufinden, was für ein Geist es ist. Da ist auch ein Oni-Ball. Oh Gott. Ah, was? Wir kriegen ein Kiya-Bord, ein Geisterbuch und Räucher. Damit kenne ich mich aus. Kein Thema. Ähm, ja hier, nimm mal, nimm mal eine dieses Ding mit. Du hast gleich kein Gehirn, dein Gehirn singt, ne? Dieses Ding hier? Wie mein Gehirn singt, hallo? Jetzt ist es wieder voll. Wüss? Aber das vom Lars ist irgendwie runtergegangen. Da nimmt einer eine Taschenlampe mit. Ja, es wackelt, ne? Taschenlampe da neben dir. So wackeln tut das sowieso alles. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. E, mit E kannst du es nehmen. E? Habe ich nicht raus? Nee, ich habe nicht. Kann mir mal jemand zuhören da hinten? Hallo. Ach so, den muss ich nehmen. Hallo. Hört mir doch mal zu, ihr sollt dreckiges Wasser fotografieren. Das ist wichtig, das steht auf der To-Do-Liste. Stimmt. Das gibt extra Geld. Leuchtig? Wie kannst du denn fotografieren? Ich habe eine Kamera. Kannst du mal deine Hakennase hier aus meinem Bild rausnehmen? Ich will das lesen. Ja, die liegt ja noch nicht laufe. Wie nimmst du, du musst dann drauf ziehen oder nehmen? Ich finde einen Raum unter 10 Grad Celsius. Ich bin es mehr mit Controller. Ich bin jetzt mit der Maus. Ach, hallo. Nee, das ist richtig schlimm. Hallo. Moana. Astro. Moana, ziehst du mal den Kopf raus? Ach, ich dachte gerade das Mausefall. Und jetzt nimmt Silke, komm du mal her. Silke, geh mal zu ihm. Ne, ich kann nicht. Ich muss erst mal gucken, ob ich hier was aufheben kann. Hier, das Buch. Irgendjemand muss das Buch nehmen, da unten. Und hier oben dieses Ding hier. Ich kann gar nichts nehmen. Ich kann nicht nehmen das Buch. Wie nach ich die Taschenlampe an? Rechtsklick, wenn man sie in der Hand hat. Oder wenn du sie nicht in der Hand hast, dann T. Du kannst sie nicht in der Hand nehmen und dann T drücken. Einmal. Ah, okay, dann muss ich T drücken. Oh, die kann ich anmachen, aber die kann ich das nehmen. Ja, irgendjemand nimmt noch die UV-Lampe mit. Wo ist die UV-Lampe? Oh, oh. Man kann drei Sachen mitnehmen. Okay, ich habe jetzt eine Taschenlampe. Okay, ich habe die UV-Lampe. Dann brauchen wir das Buch noch und das Ding hier oben. Warte, warte, welche Tasche warst du? E. E. Warte. Und wie kann ich durchsetzen? Es ist zu viel Technik. Ähm, Mausdard. Ah, ich habe was. Ich weiß nicht, wie ich es wechseln kann, aber egal. Ja, aber wie kann ich es benutzen? Von irgendjemand das Buch noch da unten. Buch ist immer gut für mich, das nehme ich. Habe ich ein Walkie-Porto? Silke, Silke, die Kamera, guck mal hier. Hier haben wir das Ding. Wenn man da kann, man links drückt auf die Tastatur, ist Nachtsicht. Und die Maus kann man umschalten. Da ist jetzt zum Beispiel deine Kamera. Geh, du mal den Kopf da weg, hör mal. Ach, das ist deine Kamera. Ja, das ist hier die Silke. Geh mal weg da. Tutorial für Dumme. Oh, 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 oh. Kuckuck. Moment, das ist jetzt ein Foto? Nee. Das ist deine, das ist eine Videokamera. Die nimmt auf. Siehst du ja das? Ach, das ist eine Videokamera? Ach so, ich kann ja also gar nichts selber machen oder so. Der macht das automatisch, wenn die anders. Wenn die auf rot ist, wie sie gerade ist, dann nimmt sie nicht auf. Und wenn die auf grün ist, dann nimmt sie auf. Was habe ich denn hier für ein komisches Buch? Und hier ist so ein Kreuz irgendwie. Ja, das brauchen wir erstmal noch. Ich muss das erstmal liegen lassen. Okay. Hey, wie habe ich mich denn gebückt? C. C. Mit C kannst du dich auch wieder hochbücken. Geh mal weg da. Ja, solange diese zwei, also solange hier keine Null ist, kann der uns nicht angreifen. Wie, wo ist das? Weiche von mir, böser Cubic. Ach du Scheiße, also wenn hier einer stirbt, dann bin ich das. Ich will das Kia-Board haben. Haben wir Batterie oder ist das unendlos? Unendlich, unendlich. Wenn ich die auf den Kopf haue, dann wird die aufgeladen. Also wer hat den Thermometer? Bischisch. Ha, trock, halleluja. Wo sind denn die Bewegungssensoren? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Find da einen Raum unter dir. Ja, das habe ich euch eben alles vorgelesen. Kevin Martin. Und er geht nur auf, weil sie alleine sind. Also wenn wir in einer Gruppe sind, kann uns nicht viel machen. Ey, ich muss hier raus. Also eure Gegenwart, die lässt irgendwie mein Gehirn schrumpfen. Die Frage ist, geben wir jetzt. Ich glaube auch, dass bist du. Ja, komm, wir gehen raus hier. Oh Gott. Kann man hier irgendwie benutzen drücken oder geht das automatisch auf? Ich fiss mich ein, Leute. Ich will nicht. Was? Ähm, geh mit der Taschenlampe bitte nach vorne mit mir, weil sonst sehen die anderen nichts. Achso, ich kann jetzt die ganze Zeit aufnehmen, ja? Ja. Du schrumpelst hier so rum. Aber nehm nicht auf, wenn wir schreien. Oh Gott. Was ist jetzt? Ach so, ja. Oh Gott, ist das unheimlich. So, äh, das EMF-Ding, dieses, äh, weißt du? Oh, ich hör nichts mehr. Oh, sag mal, muss der mit seinem Gesicht direkt vor mir rumwedeln, ja? Ja. Hab ich das? Nein, das war eher, also der Nils, glaube ich, oder, wer ist denn jetzt wer? Ja. Ah, okay. Ich bin hinter dir. Ich deck dich von hinten. Das habe ich jetzt mal überhört. Ah, okay, ich leuchte. Wenn du eine Tür öffnen willst, musst du mal links klicken auf die Tür und dann... Moment, Moment, bleib mal eben stehen. Muss mal kurz. So, wir suchen jetzt erstmal einen Raum, der kühle Temperaturen hat. Waschräume sind immer gut. Hallo, ich seh nichts mehr. Ab in den Kock da mit dir. Hallo, bleibt hier mal bei mir, ich hab keine Taschenlampe. Ich auch nicht. Oh, du bist das. Oh, ist das unheimlich, Alter. Da ist ein Hase auf dem Tisch, wollte ich jetzt sagen. Ich konnte dir gerade den Kopf schicken. Aber... Irgendwas habe ich gerade gesehen. Juana, wer, und falls mal eure Lampen flackern sollten, so wie das hier ungefähr, dann sofort Lampe ausschalten und irgendwo verstecken. Also ich dann auch meine ausschalten quasi, meine Kamera. Einfach in eine Ecke stellen oder in einen Schrank rein. Ja, aber meine Kamera auch ausschalten oder gilt das nur für die, die Licht machen? Wo seid ihr? Hier in meiner Raumlampe, die, Frau Mann. Ich seh überhaupt nichts mehr. Was war das? Es hat geflackert. Boah, habe ich mich hier zerschrocken. Das ist so blau da hinten. Aber hier ist erstmal nichts. Das dürfte alles nicht sein. Okay. Aber der spürt doch meine Anwesenheit, Stand da, oder? Also wenn ich jetzt einfach irgendwo stehen bleibe, spürt der, wo ich bin. Nein. Spürt nichts. Ah, hier. Ein Grad, ein Grad, drei Grad. Ist in der Küche. In der Küche hier. Der Geist, oder? Aber hier bauen wir jetzt auf. Was bauen wir denn hin? Wer hat, also Buch einmal auf dem Boden legen. Ich habe nicht das Buch, oder? Ich glaube, sie ist das Buch. Ja, ich will das aber nicht auf dem Boden legen. Das ist mein Eigentum. Der kitzelt da aber rein gleich. Ja, schreib dir was da rein. Wie kannst du einfach E drücken? Mit E wieder. Nee, geht nicht mit E. Nee, F, F, F. F, F. Nee? Ich muss ein bisschen gucken, dass man... Oder du machst einfach G, das geht auch. Schmeiß weg. Wer, wer verweilen? So, ähm, wer hat das, äh, ja, EMF-Ding? Leg das mal irgendwie so in die Mitte des Raumes hier. Was ist das? Dieses Walkie-Talkie-Ding? Ja, das kannst du rechts wieder einmal anschalten. Ah, Moment! Was war das, fünf? Fünf? Nee, vier. Da hat einer was reingeschrieben. Oh, okay. Ja, da haben wir schon mal zwei Beweise. Geht mal auf J. J. So, ganz hinten hin. Wir haben als erster Beweis gefriert Temperaturen und als zweiter haben wir, ähm, was war das? Äh, Geisterbuch? Ach so, äh, Geisterbuch. Nee, Gefriertemperaturen habe ich nicht. Also, Gefriertemperaturen und Geisterbuch. Okay. Geisterbox steht bei mir. Hab beides nicht. Das ist ein anderes noch. Soll ich das wieder mitnehmen? Geisterbox habe ich ja. Nee, du kannst liegen lassen. Ach, da ist Geisterbuch, okay. So, und das Ding wird auf dem Boden liegen hier. Leute. Das, was so Sounds macht da? Das, was du in der Hand hast? Oh, warte, nee, so geht's an. Warte, geh hast du gesagt, ne? Ja. Geh, ja, so. Und jetzt, ähm, muss einer im Raum bleiben und mit dem reden. Ciao. Das machst du gut. Tschüss. Nein, 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 nein. Aber, viel Spaß. Ich hab keine Lampe. Warte. Komm mit. Ich seh gar nichts. Äh, ja, geht mal einer raus bitte zum Truck und guckt, wie viel Uhr es ist. Warte, wie geht denn nochmal die Lampe an? Wo ist denn der Truck? Der Truck draußen. Ich seh gar nichts. Was war das denn gerade? Hallo, wo seid ihr? Oh. Ich kann, warte, wie geht nochmal meine Taschen da ran? Hallo? Aua. Iiii. Wer war das denn? Hallo? Ah! Ah! Wer bist du denn jetzt? Aua. Wer wart ihr das? Wer wart ihr das denn? Der Blaue. Wer wart ihr das denn? Hallo gerade? Nee, ich war das. Nein. Oh. Ey, das ist aber so nah. Das war in meinem Ohr schon direkt. Ja. Oh, das piepst der jetzt bei mir. Guckt mal bitte raus. Habe ich meine Taschenlampe an? Wo bist du denn? Ich bin bei euch. Ich bin bei raus aus dem Ding. Wo seid ihr denn jetzt? Also ihr steht neben mir, aber ich seh euch nicht. Ich, ich seh gar nichts. Warte, geh mal langsam. Wir Frauen müssen doch zusammenhalten. Ja, aber ich war gar nicht. Guck mal dahin, dahin wird's hell. Habe ich meine Taschen? Nein, der macht die Tür zu. Der Arsch. Verstecken, verstecken. Was? Er jagt. Ich bin zum Track, ich bin alleine. Einer ist tot. Ja, ich wahrscheinlich. Oh mein Gott, wo bin ich? Er hat null, er jagt, er jagt. Was soll ich denn im Track machen? Iiiiih. Hallo, was soll ich am Track machen? Ja, Vater, doch mal. Man kann nicht reden. Kann ich mich umdrehen? Ich glaube, er geht zur Tür raus. Oder wer kommt da mit der Leuchte? Oh mein Gott, ist das gleich. Er ist gestorben. Iiiih, ist das hell. Hä, echt niemand? Hallo? Irgendjemand ist gestorben. Ja, einer hat mir gerade links ins Ohr gepustet. Aber dann habe ich mich in die Orke gestellt und seitdem ist nichts mehr gewesen. Also bei mir ist gerade alles hell. Okay, der hat auf jeden Fall gerade gejagt. Also die Zeit ist um schon, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ne? Okay, ähm. Ach, das ist... Ah, hier, Dings ist tot, oder? Xenia. Xenia ist tot. Ich weiß selber nicht, dass du tot bist, oder was? Ach du Scheiße, oh nein. Darum ist alles so hell bei mir. Ich habe mich schon überlegt, ob jetzt Nebel ist. Ich habe die meiste Gehirnaktivität, das wusste ich schon immer. Ja, ja, vergisst das. Einzig Prozent hier. Ihr habt nur 55. Ey, ich habe ja auch gerade hier einen ins Ohr gepustet bekommen von dem Geist, ja? Ja, was ist das für mich hier? Ich bin gerade in den Tagen, das heißt, ich kann auch hochintelligent sein. Ja, was ist doch hier. Hallo? Äh, wir gehen aber zu zweit ran. Und was soll ich machen? Weiß ich nicht. Äh, einer von euch muss hierbleiben. Okay, ich bleib hier. Ich bleib hier, Jesus hell. Ja, die gibt hier mal Söcke. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Äh, ich lege die mal da rein. Einfach irgendwo auf den Boden legen, nicht da rein. Ja, das war auch. Kannst du mal aus meiner Kamera rausgehen? Nimm die Lampen mit. Ist ja nicht so normal, dass eine Kamera am Magen zu haben. Aber ihr könnt mich jetzt nicht mehr sehen oder sowas, ne? Ne, ne. Wie es sich sagt, meine Gehirnaktivität geht runter, wenn ich bei euch bin. Das ist mir jetzt sehr bedenklich. Das kann auch einfach heißen, ich bin hochintelligent. Also von daher. Das kann sein, ja. Wer ist das denn jetzt gerade hier? Was hast du jetzt dabei, alles? Ja, das Buch muss dich ja wegwerfen. Da habe ich nur noch das Holz. Guck mal, das Ding. Okay, das ist gut. Dann nimm nochmal die Taschenrapparte. Oder ne, nimm du das Gerät mit. Was ist das denn da gerade? Warum hast du gepostet oder das Ding weggeworfen? Nimm das da noch mit. Was ist denn das da? Ich will aber nicht mit dem reden. Ich will aber nicht mit dem reden. Hallo? Hallo? So, Papa, jetzt guck mal hier bei der Gesamtaktivität. Wenn das auf 10 oder generell hochgeht, dann sagen wir es bestimmt. Ach, Schatz, du stehst mir die ganze Zeit im Weg. Ich dachte, das wäre Nils. Nein, ich habe doch gesagt, ich bleibe hier. Und du steckst mir die ganze Zeit in deine Kamera in den Arsch. Geht, ihr müsst gehen. Ach, du bist doch hier, oder wie? Ich sehe euch, ich kann euch folgen. Achso. Jetzt bin ich draußen. So, jetzt geh endlich. Ich habe gesagt, ich bleibe hier. Ja, aber die Kamera braucht ihr doch darin. Das ist mir doch egal. Geh alleine. Ja, dann gib mir die Kamera. Dann geh ich mit. Ja, alles. Wir brauchen das alles, was sie gibt. Wir gehen jetzt alle. Du bleibst jetzt nicht da hinten wie so ein Feig. Gorg, 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 gorg. Ich bin nicht am Filmen, hier. Gorg, 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 gorg. Feiges Hühnchen, gorg, gorg. Geh mit. Wer ist das Hütchen hier? Weiche von mir, böser Geist. Ich weiß, dass es immer diese Gehirne unter sich zu sein. Geist. Silke hat Zuckungen. Es geht hoch. Auf zwei. Auf vier. Hallo, Geist. Auf vier, die Stärke. Hallo. Konstant auf vier. Bist du ein lieber Geist? Es geht konstant. Warte, warte. Lieber Geister gibt es in dem Spiel nicht. Huh, was ist das? Ich sehe nichts. Boah, jetzt ist wieder runtergegangen. Komm mit, komm mit, komm mit. Wo bist du? So, leg mal die Kamera. Auf den Kochdings hier. Auf den Herd. Du hast aber nichts Neues reingekommen. Nee, ich will die nicht so nehmen. Auf den Herd. Da springt der Geist. Du kannst hier links nicht machen, dann kannst du die irgendwie so machen, dass sie richtig guckt. Das ist kalt hier. Nee, äh? Jetzt habe ich das Ding in der Hand. Wo soll die denn hinzeigen? In dem Raum. Dass wir was sehen in dem Raum hier. Ja, und dann, äh, hast du mit F? Perfekt. Ja, die ist an, oder? Ja, die ist auf null. Keine Ahnung. Du hast nur gesagt, die soll sie da hinlegen. Kamerad. Der Jagd, der Jagd. Ja, er, ja, das ist null. Das sieht aus aus, müsste die... Oh, ja, herz 10, Level 10, Stärke 10 ist dort. Das sieht aus, als müsst ihr kacken. Boah, der ist scheiß-aggressiv. Ist das der mit dem Baseballschläger? Nee. Hä? Der ist gerade einer mit... Doch, da war einer mit dem Baseballschläger. Hallo, Geist. Oh, weia. Äh. Und da liegt ein verkrüppelter Typ auf dem Boden. Ja? Geh mal gucken und mach mal auf Nachtsicht und mach mal auf die Kamera, die hier drin ist. Boah, was ist das denn? Wie kann ich das machen? Geh mal zu... Ah, okay, nee. Nee, ich steh gerade in der Ecke und mach mal in die Hose, ich kenne das nicht. ...und die Kamera umzuschalten. Was ist das für ein Geräusch? Ich hör das auch. Ist ja eklig. Die Maus drücken, links klick, dann kannst du die... Ja, geht aber nicht. Auf die Maus drücken. Auf die Maus, die da liegt. Achso, achso. Wo bist du denn? Und dann auf die Kamera im Raum und guck mal, ob da so Dinger rumfliegen, so Kugeln. Warum geht das nicht? Äh, Silke legt das mal auf den Boden, das Ding mit... Schaltet den nicht um hier, die, die, die... Nee. Hier ist ein linke Licht. Oh, der ist hinter dir. Der ist hinter dir, wo, was? Ja, hinter der Linke. Ja, ja, ja. Er kommt. Er kommt. Ich erschrecken. Ich seh ihn. Nimm die andere, nicht mich. Oh. Nimmt alle, ich, ich setz mich in das Auto und... Siehst du, den kann man da schrecken. Was? Legt da was rum? Guck mal der Hässlichkeit an. Lauf weg. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Äh, Silke, du musst mal meine UV-Lampe nehmen und mal gucken, ob hier... Nein, der Geist ist noch hier. Ich will den erschrecken. Ich will den anschreien. Ich will den anspucken. Ja, weil... Was sind das für Schritte und für komische Geräusche hier? Wer ist denn wir? Oder er. Ich seh eigentlich, wie es Wasser in den Waschbecken ist. Ja. Mach mal ein Foto davon. Nimm mal die Kamera von mir. Mach ein Foto. Ich seh aber gar nichts. Das ist dreckig. Das ist ein Missionsziel. Äh, ii. Das würde ich aber nicht mehr trinken. Silke, nimm mal die Kamera in meiner Leiche da, hinter dir. Warum bin ich eigentlich immer die Erste, die schluss bei sowas? Achso, ich mach ein Video jetzt gerade. Du brauchst die Kamera, meine Kamera. Ja, aber die zeigt nur noch... Wo ist das denn? Die zeigt so komische Zeichen an. Die Kamera... Ich hab's gerade eingestellt gehabt. Hä, jetzt ist er wieder weg. Ja, Silke hat's so nicht... Der hat's aufgesammelt wieder. Du musst da eigentlich stehen bleiben. Nimm mal die Kamera, die andere hier. Die da liegt neben dir. Ich hab nur die Videokamera. Aber ich seh auch ein Lastning. Leg das Ding mal hin, das, was du in der Hand hast, grad mitgehe. Nein, das ist mein Kreuz, das hat mich beschützt. Ja, das schützt dich aber nicht, wenn du's in der Hand hast. Erst wenn du auf den Boden liegst. Hä? Du musst einen Kreis machen. Am Fenster dran. Da hinten flackert was. Dann leg das mal hin. Böser Geist, weiche von mir. Warte mal, so kann ich mir den... Böser Geist, weiche von mir. Oh, scheiße. Halt die Klappe, ich bin lauter als du. Scheiße, dein Gehirn hat nur noch 10%. Du musst mal schnell, sonst bist du tot gleich. Leg das mal hin, das Teil. Dann kannst du zu mir kommen, also keine Angst, du bist schön hier. Ich weiß nicht, wo ich bin. Komm mal zurück, zur Theke, zur Theke, zur Theke. Ja, wo ist denn die Theke? Du läufst wie so ein... Ach, du hast keine Taschen, Alter. Nein, hab ich nicht. Ich bin hier total im Dunkeln. Wie oft denn noch? Was ist das denn? Tee, Tee, Tee. Was ist das hier? Drück mal Tee, ob du da was hast. Ich glaube, ich bin tot. Ne, ich bin... Ne, drück mal kurz Tee, ob du eine Lampe siehst dann. Mach mal Tee. Was ist das für ein... Bin ich jetzt tot? Ne. Hallo, Geist, bin ich tot? Ne, du hast 4%. Ne, wenn du tot bist, dann siehst du mich. Jetzt bist du tot, gleich. Jetzt geh mal zur Theke, links, links, links. Ja, gerade rechts. Geradeaus. So, jetzt legst du es mal auf dem Boden, was du in der Hand hast. Geh. Ja, das kann ich ja nicht auf... Ich kann höchstens das Kreuz öffnen, oben legen. Geh. Geh, super. So, und jetzt guck mal nach links. Ne, leg mal hin. Einfach geh. Huch, da liegt eine Leiche. Ja, das bin ich. Da sind meine Sachen. Jetzt legst du es mal hin und nimm die Taschenlampe. Welche Taschenlampe? Hier ist keiner. Einfach geh drücken. Einfach geh drücken erstmal, um das zu los bist, sonst kannst du nichts aufsreiben. Ja, da kommt der Geist, der... Geist, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt gerade eine Taschenlampe aufheben. Du hast 100% geh hin. Bist du auch schon tot? Ich bin tot. Ich habe irgendwas, habe ich jetzt aufgehoben, aber die Taschenlampe... Du musst dich erst mal fallen lassen, sonst kannst du nichts aufheben. Ich habe doch gerade... Ach, ich habe eine Kamera aufgenommen. Du hast da alles... Drück mal G. Ja, so, und jetzt die Lampe. Ja, aber ich habe eine Tasche, äh, eine Kamera aufgenommen. So, jetzt erst rechtsklick. Da siehst du was, oder? Ja, und jetzt gucken wir auf den Boden, ne? Ein Spielfunk findet die Gegente hier. Unten am Boden? Sag mal, wie siehst du denn aus? Ja, woher liegt? Auf dem Boden liegt die Lampe da, wo ich bin. Am Kopf, ja. Die hier, oder was? Nein, da ist noch eine andere, ja. Neh, mal ein bisschen zurück. So, jetzt gucken wir zur Leiche und da liegt dann, äh... Da liegt dann die andere Lampe. Hau ab, Geist! Du gehst mir auf die Nerven. So. Steck mal dein Walkie-Walkie-Walkie-Walkie-Walkie. Ihr habt schon gesehen, dass der grad neben mir stand, ne? Ja. Du hast wieder 2% Kien-Aktivität. Ja, weil der direkt bei mir ist. Na, komm mal her hier. Du musst jetzt Lampe aufnehmen, sonst können wir keine weiteren Beweise finden. Die UV-Lampe muss haben. Hä, was war das jetzt? Was ist das hier? Hä? Ach, das ist eine Kamera. Wieso habe ich jetzt eine Kamera in der Hand? Damit kannst du das Waschbecken linksen, wenn du die hast. Da hat das Waschbecken einmal vor... Also, du musst die Kamera in die Hand nehmen und rechts klicken. Ja, aber da zählt das. Mach jutsch. Ja, hat gezählt. Oh, ne Ente, ey! Dann geh mal zur Lampe jetzt, zur UV-Lampe hier. Links, geradeaus. Na jetzt rechts, an der Theke da, da liegt sie an meinem Kopf. Ist das jetzt hier, oder was? Kann ich die Taschenlampe irgendwie damit? Das kannst du, ne, das andere, das kannst du fallen lassen. Ja, ich denke, damit muss ich mit dem sprechen, ne? Ja, das brauchst du nicht, brauchst du nicht, kannst du weglegen. Ja, warte denn jetzt. Oder du machst... Ich gehe jetzt in der Teil Schokolade. Jetzt mach mal rechtsklick und guck an die Tür, an die Türen und... Ah, da, warte, hinter dich, hinter dich. Geht er dir? Rechts, rechts, an den Türrahmen. Guck mal an dem Türrahmen genau, so ein bisschen hoch und runter. Was für ein Türrahmen? Ne, nur an dem Türrahmen, da. Da steht er schon wieder. Na, da ist die Ecke. Jetzt ist er wieder weg. Hier an dem Türrahmen, links. Ja, was soll ich denn da am Türrahmen gucken? Ja, ob da Fingerabdrücke sind mit der UV-Lampe. Ja, genau da und jetzt will ich da ein bisschen... Hey, gucke mit! Und mach mal die Tür zu. Kam der jetzt nicht gerade? Wie mache ich den Türen zu? Links hier festhalten und dann die Maus bewegen. Ist da was dran irgendwo? Ja, so was helles, aber keinen Fingerabdruck. Also grün sind die Fingerabdrücke. Achso, ne, da überhaupt nichts. Ne, und grün so. Dann guck mal an der anderen Tür irgendwo. Mit Tee kannst du deine Lampe auch noch anschalten, die andere. Dann siehst du besser. Was war das gerade? Drück mal Tee jetzt noch. Ja, aber die will ich ja nicht anschalten. Dann sieht er mich ja. Ne. Ja, doch. Warte mal. Kann ich die denn... Kann ich aber nicht damit ausschalten? Dann kann ich hier nur mit ausschalten. Ja, aber so sehe ich ja die Fingerabdrücke besser, aber da ist ja nichts. Ich gucke, Günah. Dann können wir das schon mal ausschließen. Dann nimm doch mal dieses Gerät zum Reden hier hinten. Und stell die Kamera nochmal aus. Ja, jetzt aber. Erstmal musst du mir das überprüfen. Ja, aber das zum Reden habe ich ja die ganze Zeit. Da habe ich den ja mit angeschrieben. Ja, aber das war nicht an. Das hast du ausgelassen. Ne, da... Wieso? Da habe ich den die ganze Zeit mit angeschrien. Ja, aber du hast es nicht angehört. Hä? So, rechtsklick. Jetzt ist es an. Hallo, Geist. In Ohren. Töte mich bitte nicht. Du erreichst einen Geist und das bin ich. Hallo, Geist. Bist du da? Du brauchst dich nicht zeigen. Einfach nur antworten. Es wäre nett, wenn du dein Walkie-Talks nicht in meinen Arsch stecken würdest. Hallo, Geist. Ich bin der letzte Ghostbuster hier. Nein, ich bin auch noch da. Ich denke, du bist du dumm. Ach, du bist der Sack, der sich draußen versteckt hat, ne? Ich beobachte dich von mir. Lass mal die Kamera aufstellen, sonst kann ich aber draußen nichts machen. Ich gehe mal raus. Ihr seid mir zu doof. Am besten wieder auf den Herd da irgendwo. Ja, mach mal auf dem Herd. Ich habe gerade was gehört, deswegen. Äh, aber die andere Kamera, die liegt links von dir. Hinter dir, rechts bis hin, am Boden. Ja, da, rechts, unten. Ja, ein Stück weiter. Hallo, Geist. Ich höre dich. Ich höre dich. Oh, mein Gott, äh, der steht. Ein Prozent gehirn, drei Prozent gehirn Aktivität. Okay. Ich höre dich. Guck mal, das Licht flackert. Geh weg, geh weg, geh weg. Nicht mehr reden. Nicht mehr, das wird so gruselig. Dann geh ich mich mal rein. Oh, 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 oh. Wie kannst du helfen, wenn du noch tot bist? Achso, du hilfst dir. Du sagst... Hau ab! Scheiße. Eigentlich darf man ja gar nicht helfen, wenn man tot ist, wenn man da nicht mehr reden kann, wenn man über Voice-Touch spielt. Ah! Ich glaube, das sind Leichen. Papa, es hängt an dir. Was denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Ja, jetzt musst du reinkommen und alles machen. Ja, toll. Was ist das denn? Ist das der Geist, den ich da sehe? Ja. Hallo, bist du der Geist? Ich laufe hinterher. Hi. Hi. Das sieht ja viel cooler aus, so. Wieso haben wir das nicht direkt so gemacht? Oh, das bin ich. Ich sehe aber nicht sehr gesund aus. Bist du im Raum, Papa? Lars läuft wie ein Topmodel. Wo ist er denn? Der läuft hier bei mir. Tür. Läsig festhalten, Maus dann bewegen. Ich wollte, ich habe keine Taschen haben. So, warte, ich leite dich. Nicht hoch, links, links, links. Geradeaus. Und dann gleich links abbiegen. Jetzt? Nee, weiter rechts, rechts. Wir sind jetzt in der Geist. Oh, guck mal. So, jetzt links. Ich habe einen Fliegenfinger. Oh, da steht er wieder. Iiiiih. Oh, hast du mich jetzt erschreckt. Ich habe schon gedacht, drei Geister. Ich bin zu weit, ich bin zu weit, ich bin zu weit, ich bin zu weit. Oh, der ist aber hässlich. Jetzt rechts, 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 rechts. Ach, das ist wirklich einer mit Baseballschläger. Weiter rechts. Das ist einer mit Baseballschläger und hat keine Zähne mehr in der Fresse und sieht aus wie ein Skelett. Also hat Haut, aber irgendwie so ein Tee-Ding-Skelett. Da liegt die Taschenlampe. Ganz hässliches Vieh, Alter. So, dann nimm mal zur Theke. Oh, und nimm die Kamera hier. Aber ich gebe zu, ich verstehe den Sinn, du spielst doch nicht so weit. Ähm, Tee. Wer bist du denn? Tee, Tee, Tee. Ey, jetzt lasst mal eure Finger von meiner Leiche hier. Die geht nicht. Die ist ja hässlich. Puh. Steck dir gleich den Kopf in den Arsch, du. Nimm, dann nimm. Du hast mir schon deine Kamera in den Arsch gesteckt. Da liegt sie noch. Ist doch auch schon da unten. Hallo, Finger weg von meinen Brüsten. Die Beine auch noch nicht mehr so dumm. Einmal antatschen, bitte. Warte mal. Dann mach mal die andere an. Du hast jetzt eine UV-Lampe im Moment noch. Ich kann das. Ah, einmal dreistdrehen, einmal dreistdrehen. Mach doch mal auf Mausrad. Äh, ja, du gehörst definitiv hier rein. Die hat mich doch abgegeben, die Lampe vorhin. Wo soll ich die her haben? Egal, dann nimm die mal. Einmal im Kreis drehen. Jetzt hab ich das Ding gemacht. Das war das andere. La, 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 la. La, 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 la. Ich bin voll auf der Hürde. Das ist aber jetzt nicht so toll hier. Du siehst es ja bei mir. Guck mal da. Da liegt die hier. An den Beinen. Boah, Nils, kannst du dich mal aufrecht stellen. Das sieht ja scheiße aus, was du hier machst. Ii, da hängt eine Fliegenfalle. Die sehe ich jetzt erst. Ach, hier auch. Ja. Ich sag doch, hinten im Raum auch. Das ist ja auch. Das sieht, aber guck mal. Guck mal, wenn du dich so drunter stellst. Das sieht aus, als ob da irgendwie so eine Handgranate dran ist. Du hast doch ein kleines Licht. Du siehst es doch. Ich geh mal gucken, wo der ist. Ich geh mal direkt an die Wand. Rechts. Rechts. Falsche Richtung. Ja, jetzt geradeaus. Sieht aus, als ob dein Spiegel unten drin ist. So, geradeaus. Erstmal unten riechen. So, jetzt bist du direkt an der Wand. Und jetzt guck mal da unten. Da musst du liegen. Drück mal zähl. Ach, das war die Leiche. Hab ich mich jetzt erschrocken. Jetzt guck mal. Da hast du doch ein kleines Licht, oder? Ja, da. Oh, ey. Nein. Ich gehe da mal voll kompliziert. Links, links. Drehen, drehen. Hallo, Geist. Kann ich auch so mit dir kommunizieren? Hallo? Nein, das war die Lampe. Das Ding, meine ich. Jetzt kannst du mal die Klappe halten. Wir suchen gerade den Geist. Ja, komm, Geist. Das hässliche Mist für ihr Rüstung. Da, ja, da. Direkt da. Ach, da ist. Hallo? Das hat ja erst gedauert, ja. So, und jetzt geht die Theke runterlaufen hier. Also ich will, oh, hier ist der Hase. Den wollte ich eigentlich von Anfang an haben. Jetzt auf dem Boden da liegt die Videokamera. Oh, ich will gucken. Hier auf dem Bett. Auf, auf den Herz stellen. Also erst mal anmachen. Oh. Du bist ja süß, weil du mal im Ohr da das Bett gucken. Äh, du solltest vielleicht nicht auf die Matratze gucken, wenn du mit dem Hasen redest. Jetzt kannst du die da aufstellen, so oder so. Ja, perfekt. Und jetzt gehen wir raus in den Tuck. Ich muss den Matratzen schnüffeln machen. Wo ist der denn jetzt? Macht der hier Mittagsschlaf oder was? Ich will mir die mal angucken. Ich weiß auch nicht, warum der nicht mehr kommt. Der hat eigentlich eben Silke schon vor ein paar Stunden tüten müssen, weil er so lang drin war. Und mich nimmt er gleich zum Anfang. Also das geht nicht, ey. Hier ist ein Teddy. Ey, was ist mit der Tür los? Was ist das für eine Tür jetzt? Teddybär, da. Der ist ja süß. Da oben ist noch ein Hase, oder? Ja, was macht die eigentlich? Ah, guck mal, mit so schicken Eukleinen. Nee, rechts, rechts. Rechts, nein, links, links. Hinter dir. Andere Richtung. Kannst du auf den Fenster gucken? Vielleicht steht er gleich am Fenster. Ja, ich geh hier runter und dann raus. Kann man hier ausmachen? Ey, wir sind doch Geister. Das ist falsch. Geister. Headbanging. Geister Weißbrot. Boah, wie langsam geht das? Ey, wir sind wirklich Geister. Ich kann durch dich durchlaufen. Der Schiff festhalten, dann kannst du schneller ein bisschen. Uuuuh. Uuuuh. Wir sollten mal das Horrorspiel zusammenspielen. Das ist doof, dass man das nur alleine spielen kann. Wir werden die ganze Zeit nur Blödsinn am Machen. Ja. Hallo, was ist denn das für ein Scheiß? Hier geht's noch hoch. Der geht nicht mehr. Der geht ja nicht mehr. Wo bist du hin? Ach, da bist du. Warte, ich komm dir hinterher, Geist. Bist du da, warst du da? Oder warum? Ich bin kein... Doch, ich bin schon... Ey, wie viele von diesen Scheißfliegenfallen haben die? Okay. Hier oben auch wieder. Die müssen da mal eine Massenflieken, klar. Oh, boah, also hier stinkt es. Ich glaub, der war hier, der hat hier einen veranlassen. Der hat bestimmt Satz-Di-Gel gegessen. Ja. Dann siehst du da was auf der Kamera? Die Tür geht zu. Nee, hier ist ein anderes Zimmer. Warum nicht eben gut? Nee, hier ist ein anderes Zimmer. Ich war noch gar nicht oben. Ich bin selber zugegangen. Lauf nicht so durch mich durch. So. Ich muss mal gucken, ob da irgendwas rumfliegt. Da, Disco. 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 Hallo, Geist. Wir möchten gerne mit dir sprechen. Hallo, was kommt denn für Geister überhaupt noch sein? Also wie ein Geist sieht der jetzt nicht aus. Also das ist sehr unrealistisch gemacht. Also ich hätte ihn einfach ein weißes Handtuch drüber geschmissen und gut ergeschenkt. Ja, aber dann darfst du nicht vergessen, die Augen auszuschneiden. Und dann kommen die mit ihrer Kodenklepp und so. Also ich würd' mal sagen... Ist das eine Gitarre? Nee, das ist eine Schaufel. Ey, ich dachte, man... Ich kann nicht begraben. Ich dachte, man kriegt hier ein Kia-Board. Das müsste doch eigentlich oben auf dem Dachbogen sein. Wie du läufst. Das war so lustig. So läufst du. Achso, weil ich nach oben geguckt hab? Ich bin ein Zombie. Ich bin eine alte Frau. Ich kann nicht laufen. Nee, es gibt noch ein... Oh, ich hab's Klo gefunden. Muss jemand? Nils, ich hab's Klo gefunden. Warte, wo bist du? Ii, aber hier würde ich nicht gehen. Die erste rechts bin ich an der Treppe. Oh, hier ist... Hier ist wieder so ein Teddy. Aber warum ist da eigentlich so hin? Okay, wenn ich... Da bist du. Da ist wieder so ein Teddy auf der linken Seite. Sieht ja nicht da, oder? Ne. Zerbrochene Spiegel, Scherben bringen Unglück. Ja, guck dir mal das Waschbecken an, dann weißt du, was Unglück ist. Mach mal Nachtsicht aus. Ja, okay. Ich glaube, ich muss kotzen. Ich hab' gerade gedacht, ich hab' ihn an der Treppe gehört. Also, ich würde sagen, wir loggen uns. Das ist ja ehkendisch. Gebt mal alle auf J. Wir müssen das alle machen. Kann ich mich da drauf retten? Was denn? Wir sind hier gerade... Alle auf J. gehen. Ja, was denn? Und jetzt packen wir das hier ein, alles. Ja, was denn? Ja, das Jurei eingeben. Und die ist ein Jurei. Und die wir weiße. Bei drei? Jurei oder was? Nee. Da gibt's keinen Jurei. Bei mir. Die Beweise hier stehen Gefriertemperatur, Geisterbuch, Orb und dann Jurei. Jurei ist ein Geistertyp und Beweis drei keinen gefunden oder was? Ach so, Geistertyp. Also den Beweis drei, Geister Orb. Geister Orb. Geister Orb. Moment. Wie loggst du das jetzt ein? Jurei. Wenn wir jetzt alles so haben, dann können wir losfahren. Okay, ich hab' alles eingegeben. Und jetzt? Wie losfahren? Dann einfach raus wieder aus dem Buch. Okay. Und jetzt? Silke, hast du's auch? Ey, das ist ein Säufer. Ja, ja, ich guck mir das Kinderzimmer in der Zeit noch an. Oh, warte, ich komm mit bei meiner Kack-Zinnung. Oh, guck mal hier. Nee, beim Ausgang und dann links auf der Seite. Passen wir noch hier drauf? Was meinst du? Warte. Ja, was soll ich da eingeben? Eh. Ach so. Äh, ich? Du sollst das nicht beschwören, du sollst da rauf gehen. Eh, oder linksblick oder irgendwie sowas. Kann man laufen? Nee, ne? Ach so. Oh, ihr warst so knarrt. Ich wollt grad sagen, ihr hat einer Mutter gestartet irgendwie. Ja, ich fahr jetzt schon mal alleine weg. Ihr seid ja alle tot, also. Oh, geistert. Warte doch mal, ich komm. Hallo. Ey, jetzt konnte ich den Rest nicht mehr angucken. Das war ein Dämon. Oh Mann. Aber der hat doch nicht geredet. Das war die andere. Ey, wenn der einmal dich auf den Nils verlässt, ne? 60 Dollar. Natürlich war das ein Dämon, der hat einen Baseballschläger in der Hand gehabt. Nee, wir haben Aufgabe 1 und 2 haben wir nichts, aber 3 und 4 war richtig. Fotos haben wir für 10 Dollar. Knochen. Reicht, das hab ich mal in der 1 und verloren. Nee, für 5 Dollar hab ich ein Foto. Wie, du hast in der 1 und verloren. Ja, die verliert man, wenn man stirbt. Echt? Ach du Scheiße. Und ich bin der Einzige, der die hat hat. Oh, nee. Ey, ey, ey. Und jetzt? Äh, Thermometer haben wir nicht. Okay.